ja hallo liebe modellwerfreunde willkommen auf meinem kanal franks modellwerke ja ich wollte euch mal wieder ein kleines update geben über meinen kanal wie es jetzt weitergeht ich habe jetzt mehrere wochen schon kein video mehr hochgeladen und ja da wollte ich schon ein bisschen auf laufenden halten wie es bei mir dann jetzt auch weitergeht ich bin zwar fleißig modellbau am machen aber das zeige ich im moment in der bilderserie quasi auf facebook aber das wäre schon ein bisschen was zu sagen als erstes habe ich schon mehrere anfragen gekriegt zu meiner hamels bounty weil es jetzt weitergeht ich hatte ja in den letzten update video oder ich mein kanal video angekündigt dass das video circa april kommt ja wie ihr gemerkt hat es nicht gekommen und es wird auch nur sehr müssen auch ein bisschen geduld haben es wird auch noch ein bisschen dauern ich zeige euch aber jetzt mal wie weit ich mit dem modell bin das ist jetzt hier die backbord und steuerbord seite sieht jetzt aus ich habe jetzt da die ersten leisten alle komplett dran die dran sollen und am heck auch und die sind auch soweit dann soweit vorbereitet und die lage ist auch dann so schon geschliffen ich muss quasi jetzt hier in den unteren zwei reihen kommt dann noch eine zweite leiste drauf die wird dann auch schwarz angemalt was auch gemacht werden muss ist dann quasi hinten die ganze das ganze heck die ganze fenster werden angebracht der namen schriftzug und die zielleiste kommt dran es muss auch gemacht werden hier beiden seiten noch so die fenster die erker fenster die müssen auch noch gebaut werden und angebracht werden es müssen noch die halter von den lafetten angebracht werden und die lafetten kommen ja die kommen nicht drauf nur die halter kommen drauf und hier vorne am bug werden noch die lächer geboren schon für die ankerkette das ist das was ich jetzt so spontan auch im kopf habe was auch gemacht werden soll ich stecke das jetzt gerade mal wieder in den schichtständer rein und wie ihr seht ich bin noch nicht so weit ich habe das zwar jetzt einfach schon ein bisschen aufgenommen aber ich habe das video das t-shirt wo ich nicht gebaut habe kann ich das video noch nicht zusammen haben und es wird auch noch die darauf warten noch leider noch ein bisschen dauern da müsst ihr ein bisschen geduld haben ich hatte jetzt ja Anfang April wo ich jetzt auch schon die leisten erzieht hatte nicht so großen bauspaß dazu wir sind noch ein paar andere modelle wie ihr auch gemerkt habt dazwischen gekommen zb jetzt hier mit den klemmbausteinen der ja das goldgard und den formel 1 renner und dann bin ich ja auch noch ja habe ich schon noch andere modelle die ich noch baue ich zeige ja noch den ecto 1 auf meinem kanal auf youtube kanal aber ich baue ja noch andere partwerk modelle bzw schraubmodelle zum beispiel noch den delorean und den r2 d2 das zeige ich alles in der bilderserie auf facebook da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen das heißt auch franks modellbauecke gibt es einfach auf facebook ein und dann das eine öffentliche seite da könnt ihr dann darauf gucken genauso wie ich jetzt hier den falken habe den zeige ich auch da in der bilderserie und die sich jetzt auch dann hier für die bounty interessieren wenn die auf facebook sind dann kann man eher mal sehen wenn ich mal ein bild von hochlade sage ich bin am bauen oder so was aha der macht da weiter dann ist das vielleicht auch ein bisschen aktueller da kommt bald ein video davon oder so genau jetzt dann zum hauptgrund weil es jetzt überhaupt keine videos mehr zur seite gibt ich habe seit knappen vier wochen habe ich jetzt von meinen kindern den millennium verhalten bekommen von der agostini das ist der komplette satz die ganzen hundert ausgaben das war ja von der agostini so eine sammelserie und die lief circa von 2016 bis 2019 so rum genau lieg mich jetzt nicht genau fest aber sonst glaube ich das was ich jetzt so genau weiß ja und die haben jetzt über ebay haben den kompletten satz haben die jetzt gekauft das war jetzt für mein vatertag und mein geburtstag beides habe ich noch nicht vatertag haben ja erst in knappen drei wochen und genauso mein geburtstag fällt dann relativ nah zusammen deswegen haben die erst gekauft ich bin ich freue mich zu einem riesigen modell aber es ist schon ein haufen geld was sie ausgegeben haben da habe ich auch ein bisschen gemeckert aber naja trotzdem freue ich mich dann keinen bauspaß dran weil das modell auch bis jetzt einmal frei funktioniert die teile haben schon alle ganz motoren alles so gelangt bis ich jetzt weiß ich habe funktioniert alles der bau ist relativ einfach sagen wir so jetzt muss man klar was zu schrauben sind kleine teile oder so ist alles aber ich kann euch das mal zeigen natürlich jetzt mal kurz die bau ein bisschen zur seite wenn ich hier da nichts davon kaputt mache das ist jetzt zum beispiel jetzt hier das unterteil von millennium falcon und das sieht jetzt erst mal von der unterseite quasi so aus das ist jetzt schon mal in den weiß ton oder altweiß schon mal grundiert und die ganzen felder habe ich dann selber angemahnt ich mach da kein nix mit airbrush oder sonst ich mach das alles an das wird aber dann noch die kräftigen farben die jetzt da drauf sind das würde ich noch ein bisschen anpassen würde schon ein bisschen blasser machen und das modell wird ja auch in sich noch gealtert quasi gleich mit grau und teilweise mit schwarz das würde ich dann noch dann alles machen deswegen wird das ja alles noch ein bisschen zeit in anspruch nehmen so sieht das modell jetzt mal so aus der metallrahmen der ist alles ineinander verschraubt was ihr unten sehen könnt das ist die die rampe die funktioniert auch alles das könnt ihr euch wie gesagt auf facebook in der bilder galerie da mal angucken da habe ich auch ein video mit eingefügt und dann seht ihr auch wie die rampe ja auf und zu geht und mit licht das funktioniert bis jetzt alles wunderbar und ich bin ja dann jetzt hier schon bei ausgabe 78 ja zum baum bin ich relativ weit das geht auch relativ fix was jetzt so ein bisschen so klar wenn man sorgfältig machen will mit dem anmalen ja das braucht seine zeit vor allem weil ich auch da relativ wenig erfahrung habe mit dem malen in sich das kriege ich ja hin aber bei dem modell werden die farben mit der zwei farben eigentlich immer gemischt und da habe ich so gut wie gar keine ahnung aber ich habe über facebook sehr viel hilfe schon bekommen ich habe bilder zugeschickt bekommen so ratschläge wie man es am besten macht links zu anderen videos und sowas alles also die hilfe ist riesengroß und kommt auch sehr gut weiter jetzt ich bin auch relativ weit jetzt und ich suche mir das raus was ich für mich dann eigentlich immer brauche und wie ich mein modell quasi gestalten möchte dann zeige ich euch noch ein bisschen noch mehr das ist zum beispiel jetzt die noch die antenne die ist soweit fertig die wird später auch noch drauf gesteckt oben drauf und dann zeige ich euch jetzt mal die oberseite das ist so ein element von der oberseite das wird später noch verschraubt das ist da quasi ja ich kann es jetzt nicht warum ich dann mit dem ja mit den innenraum wo man reingucken kann aber das ist eigentlich jetzt vorne das zeige ich euch jetzt auch mal das ist quasi das obere element so sieht das aus hier ist dann später das element was ich euch gerade gezeigt habe da liegt ein teil ab was aber nur mit magneten gehalten ist und deswegen ja ist jetzt nichts kaputt gegangen und dann kann man auch das element jetzt hier weg nehmen später auch mit magneten gehalten und man dann später glaube ich das ist der bereich wo man auch dann in den innenraum reingucken kann wenn ich jetzt was falsch sage dann ist es leider so aber ich glaube das ist der bereich was ich jetzt meine was da später so für ist genau das ist auch jetzt hier die farbe so wie er geliefert wird bei den oberen teilen ist ja auch schon fertig die felder ja schon angemahnt zum beispiel hier die beschussspuren quasi diese fertig sind und das graue mit dem farblichen habe ich jetzt gerade schon bis ab konntet ihr auch den element da schon sehen hier das sieht dann so aus sie sind bei dem mit so ist so geliefert worden und das ist das mittlere element so sieht das dann aus und die ganze farbe und das rot zum beispiel jetzt hier und das gelblich oder das altgelb so oder dunkelgelb die farbe musste sich ein bisschen dann selber mischen das rot ist quasi auch so sind tamirfarben aus normalen rot ist es gemischt mit ein rotbraun und das ist quasi ein gelb auch mit dann mit rotbraun wird das gemischt in gewissem verhältnis bis man die farbe dann auch dann so zusammen hat aber das hat wo ich die ganze hilfe hatte wo ich jetzt einmal raus habe hat das gott sei dank auch so ziemlich gut funktioniert ich komme jetzt relativ gut zurecht aber was ich jetzt noch machen muss quasi jetzt noch ein bisschen dann mit dem altern mit dem eingrauen da muss ich mich ein bisschen ran tasten und da brauche ich auch noch ein bisschen zeit für dann somit das alles funktioniert ja zum beispiel hier ist das hier ist der innenraum hier habe ich noch mehrere teile liegen und da hat er fett weil das teilweise auch noch nicht nur zusammengesteckt ist noch nicht geklebt ist fett ist jetzt auch alles ein bisschen auseinander aber das ist im moment noch nicht so tragisch ja wie gesagt so jetzt wisst ihr eiermaßen bescheid warum ich jetzt keine aktuellen videos im moment hochlade das nächste video wird irgendwann sein in ein paar wochen dann würde ich euch mal den kompletten falken noch mal zeigen welchen fertig habe aber wie gesagt es wird eben dann dauern der bau wird etwas dauern wir kriegen auch jetzt ja wir haben ja jetzt schon ein relativ schönes wetter da will man auch jetzt noch mal raus gehen und man darf sich auch überall wieder treffen deswegen ich habe quasi jetzt auf meinem youtube-kanal mit so ein kleines sommerloch und ja verfolgt mich bitte oder verfolgt mich folgt mir auf facebook da könnt ihr eher mal sehen was ich so mache und dann kann man so sehen weil ich hier Bilder hochladen wenn das nächste video auch so weit kommt ok dann wünsche ich euch bleibt bitte alle gesund passt auf euch auf und macht viel modellbau geht ein bisschen raus aber seht euch machts gut bis später ciao